Jo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute geht es um ein Giveaway. Ich habe zwar schon mal gesagt, dass ich für Giveaways keine extra Videos mehr machen werde, wobei das hier jetzt eine Ausnahme ist, weil es ein Giveaways ist, dass ich so in dieser Preiskategorie sonst normalerweise nicht mache. Damit das dann auch jeder von meinen Abonnenten mitbekommt, mache ich das für ein extra Video. Es geht um das monatliche Giveaway im Mai und ich habe für dieses Monat ein Falcon Knife Damaskus Deal in Field Tested als Giveaway. Es liegt glaube ich gerade um 60€ Marktprice und ich wollte mich eigentlich hauptsächlich dafür mal bedanken für den ganzen Support und für die netten Kommentare und einfach für alles. Ich werde das Giveaway machen über Gleam.io. Also ich werde dann den Gleam-Link gleich erster Link in der Videobeschreibung packen, da könnt ihr dann dran teilnehmen. Das Giveaway läuft dann bis zum 27. Mai, also knapp zwei Wochen und ein paar Tage mehr, weil es wird dann am Sonntag aufgelost, weil unter der Woche habe ich keine Zeit, bin ich hier arbeiten. Und da wird dann auch wieder ein Video dazu kommen. Ich weiß nicht, ob ich dann wieder ein extra Video zum Giveaway Auflösung mache oder ob ich das in einem Roll2Glove Unboxing Episode mache. Das werde ich mir noch überlegen. Auf jeden Fall am 27. Dezember kommt dann die Auflösung vom Gewinner. Dann war es dann eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Ich wollte nur jetzt mal kurz und knackig erzählen, warum es geht und dafür extra ein Video machen, damit halt jeder es mitbekommt von meinen Abonnenten. Damit dann nicht jemand sagt, ja ich habe keine Benachrichtigung bekommen oder keine Ahnung. Dann empfehle ich euch nur die Glocke zu aktivieren. Das hilft dagegen, um Benachrichtigungen zu bekommen. Mit einem Kommentar und einem Daumen nach oben würde ich mich natürlich auch freuen. Und ja, dann viel Glück fürs Giveaway und dann sage ich tschau und bis zum nächsten Mal. Euer Alex.